hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von raft ja wir haben das los schon ein bisschen gut erweitert also respekt loben anerkennung an alle beteiligen die beteiligten heute sind wie der michael und lasse und irgendwo hier müsste auch wieder peacemaker sein irgendwo ware wir warten springen und zwar seiner finde ich nicht gleich da kommt er schon da ist auch wieder da jetzt siegen was wollte man jetzt machen wir haben mit dem plan gehabt wir machen das in der mitte voll und was wollen wir noch erstmal alle löcher der mittelstoff da brauchen aber nägel dafür glaube ich ich glaube ganz sinnvoll ist ja noch mal irgendwie mittel so ein kleines anbau feld bauen wir müssten genug materialien haben das brauche ich eigentlich noch mal für die netze alles ich kann mir das echt nicht mehr ich kann so ich wollte jetzt aber auch noch wir bräuchten noch drei netze noch drei netze ja da nur noch dann haben wir die mitte voll und ich brauche nur also ich brauche seile ich brauche einfach nur sind das jetzt 6 14 seile dann habe ich gut sechs seile kann ich dann machen das sechs seile kann ich da hinschmeißen bitteschön einmal sechs seile so ich hab 16 18 seile hier beim lager so ich hab 16 18 seile hier beim lager beim lagerfall hier wo ich das jetzt hin geboren hier links oder vielleicht hast du es? nein nein äh ah ich hab sie aufgesammelt hier das bin ich äh braucht das nicht hab sie wieder aufgesammelt nein dann hab ich letzten beiden auch dann haben wir die mitte voll das war ja ne schnelles Zielsetzung und Aufgabenerfüllung ja man muss auch mit kleinen Zielen schnell rumkommen können oder? so dann wir stehen die netze in der Mitte ist halt lustig also endlich fall ich nicht mehr in eine boh drin was ich sehr sehr zuvorkommend finde hm ja da hat er ja schon wieder gefressen ich tu mal die ganzen wasseraufhalte auch weg so was kann ich denn machen auf den quatsch hier ich höre dich über ja und du hast noch was? hab ich? naja ich hab kein ding so so für die ich tu jetzt extra ein wasseraufhalter da hinten in die Ecke wo das Beet ist ist damit man sich die ganze Zeit vergisst ich weiß dann gleich schon mal Holz drin weil das vergisst ihr ja doch teilweise? ah das ist für den Dings komm herfass ich kriegte ich euch hab Hunger komm herfass ich hab Hunger komm herfass ich hab Hunger in dem Moment wurde das Bild blurry ich hab richtig Hunger oh shitter 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 shatter shitter ich kann mir geht jetzt grad verfasst was zu essen? musst du was zu essen? hier vorne? ja vorne Kartoffeln und jetzt ist richtig gut macht viel entspannter hier hat er schon abgebissen auch gleich wieder an die frage ist wie breit wollen wir das eigentlich ist die frage was wir machen wollen dass wir brauchen also rein einer der sachen wir brauchen kommt noch ein bisschen was der anker ist relativ groß wir brauchen eine funk und sende anlage also sollen wir jetzt drei felder in jede richtung und unser mittelpunkt ausgehen würde ich machen ja also 123 die richtung dann haben wir 1234 können wir keine vier machen wenn ich symmetrisch als symmetrie ist mein freund ja 34 passt das ist nur so auslege mache jetzt nur so stege also was kann man nicht alles mit dem ziegel kraft ist das nur der schmelz rufen und kannst du nicht jetzt singen aber sehr traurig was habe ich gesagt hier muss ich muss noch ein bisschen breiter dann dann bauen wir kein ton kein sand mehr sagen wir also wir könnten mal für den zweiten schmerzer das wäre auch nicht verkehrt wenn wir dann zwei haben wenn wir inzwischen wenn wir dann soll übergehen würden ja ich müsste hier nochmal die ecke abbauen welche ist also schön ja tut es ja auch so haben wir dann vierer breite wäre welcher ins weiß ich hier genau was ist immer gut was ist es soll ja nicht nach 08 15 aussehen also das war mir ja schon mal aber wenn wir die breite schon mal an wo wir brauchen ist ja das gut naja gut da unten kann man ja gerade damit man die längste irgendwo höhe ich wieder eine löse und zwar nicht aufhackt alle zwei eines weg wo ich jetzt machen weg ohne irgendwas ist kaputt gegangen da hat jemand was gesetzt ich habe ich habe dings der trinkbehälter jetzt da wo es lagefall ist damit das in der nähe ist irgendwo vielleicht können wir noch ein lampe bauen da ist doch ein schrott warum ich brauche auch planken um das wasser naturalisation wieder aufzufüllen ok danke kann ich der parker mit drei stück aber ich brauche halt die für die ich sammle die einfach von außerhalb da ist nur so und dann sammeln knapp hatte dich erwischt er hat mich erwischt aber alles gut warte mal dann kann ich dich eigentlich dann machen und haben wir nicht vielen und ist gleich schon der heil gewiss gleich zum 1 war sehr gesprungen auf kann mir jemanden spiel machen ja warte ich gucke ob ich den bau kann fährt sie dich nein ich brauche planken und seil der hei hat eine seiner ausleger gefressen zur abgrenzung das ist so die breite kriegen wir jetzt ich muss jetzt mal wieder kurz auf eine insel das ist das segel auf keine ahne was brauchte ich denn für die leiter platine kunststoff versuch nicht ist ja einfach kunststoff haben wir ja ja ich wollte einmal die rezepte dafür erforschen also das was wir machen können ok wir können dann die antenne den sprinkler bestehende pflanzen automatisch brauche ich scheinbar batterie zu benötigen und den empfänger irgendwie zufluss für wasser weil ich zweifel mal das sauerstoffflaschen haben wir auch noch glas wo bin ich ja okay verstehe glas ja ich mache ich mag gleich mal glas den schmelzern haben wir den fortschrittlichen wassergewinner darauf hatte ich eigentlich auch schon die ganze das wir brauchen dringend seegras kann ich ganz flaschen machen dann haben wir das können wir mehr getränke die mitnehmen ich kümmer mich jetzt nur um die plattform außen rum wenn ich irgendwas ab was er braucht der material der müsste mir das nur sagen irgendwas braucht ich habe ich so ein solcher gebe und auf plastik brauchst zum bauen die um ist ganz viel plastik ich habe mehr als genug plastik glaubt nicht ich habe mir beim essen brennen kein spät sich gerade auch ein spät an mu gucke dass ich holz zusammenfarm ich habe einen bauten noch wer ein michael baut auch ein na ja 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 ich muss unbedingt was ist mir fährt auf ich habe ja schrott und sand ist dran für glas mehr machen in stock mir die netze wasser abbauen kann dann auch so umsetzen kann er kann habe ich aber schon wo ist denn das ganze treibgut abgeblübt du ist nichts mehr wir fahren nicht im strom stimmt und wie man hier auch sieht hier ist einfach nichts oder hinten kommt oder ja naja ist merkwürdig aus einfach was zu essen als ob der als ob jemand nicht mehr von sachen verlieren würde das ist echt schlecht eigentlich weil wir noch gerade echt keine quelle um irgendwie holz nachzufüllen kann uns abbrechen dann machen wir auf eine andere insel die insel ist egal uns ist halt das einfach nichts mehr hier im wasser schwimmt wie die insel er muss halt seitlich gucken weil scheinbar ist dieser seitliche sichtweise höher als die mittlere so glas erforschen fortschrittlicher reiniger wirklich kein treibstoff fernglas sieht in der ferne und dafür brauchen wir kunststoff haben ja genug glas ok und planke glas und planke das ist also glas können wir jetzt mache oder ich bin aber ich mache glas ich bin dabei das dauert nur ich habe nur ein schmerz ich habe auch kein holz aber wenn sie mal eine andere insel an ich habe gerade gesagt gefühl dass die insel sind wie beide nicht erreicht hat ich gebe den strom zurück das sind treiben aber wir sind gerade im stille gewässer ok oder nee geh einfach allerdings haben wir das ist einfach viel zu still hier ist einfach da hinten ist aber ich will sie ich will sie die nähere inseln weil die andere scheinbar wenig zu erreichen gerade ich mach hier vorne was er scheint irgendwie wie näher dran zu sein aber drüben ist aber treibgut ruft taucht dann gehen wir gerade na das sieht doch näher und sieht auch ordentlich aus bis jetzt ich brauche wieder im ding seiner tru sind brot ja ich kann ja da kommt wieder was schön ja endlich der material also in der theorie könnten wir schon mal diese 12345678 netze nach vorne bei den äh ja da muss ich aber gleich wie der ding baue achste ey futter die ist tot die möbel ist tot wir haben wieder futter schmeiße gleich auf den grill kann ich aber einen wurfanker äh wurfanker muss ich gucken ob ich den baue kann brauche ich noch seien und zwei planke hast du hast du die planke kannst du packen komm planken habe ich mehr als genug ok ok dann bleibe ich captain captain wir brauchen einen anker wir haben einen anker ich halte genau auf die obwohl die insel ist irgendwie die insel sieht doch kleiner aus als die insel ist mir auch egal ich will da tauchen ich will die ressourcen das wäre gut und ich stuhl auf die insel gleich ganze kram abfahren und welche holz etc pp komm wir brauchen unbedingt wieder baum pflanzen ja wer braucht jetzt schwer oder sowas haben wir eigentlich gerade du sagst dann an wenn du äh anker brauchst jo das ist jetzt hier gerade alles unten versuch die insel an zu visieren aber ich muss eben etwas trinken machen ja wir brauchen unbedingt das größere brauchst du immer noch hunger ich bin gerade verarschen ja ich weiß alles zusammen alle drei zusammen ja weil wir einfach ein problem hatten das hat kaum materialen geschummelt du musst die jetzt nicht anpassen was der high ist aber ach ganz schön hartnäckig er verfolgt uns schon die ganze zeit deswegen ist das länger der weise ausgehungerter werden wir ja eigentlich ja das ist schlecht ja das ist schlecht weil wenigstens sind zwei drei palme drauf und guck ob ich dort drauf kommen ja das ist ja ja das ist ja 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 ich habe gerade einen Obstteller bekommen ja 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 das gefühl weiterkomme ich bin dem boot nicht wir treiben eher ab und geist geschmisse bam fuck ich reparier klar wieder wenn ich kann nein ich habe kein holz ich bräuchte acht planken ja ich habe gar kein holz ich muss jetzt auf die insel und hoffe dass ich das krieg aber das ist zu weit weg ich versuch's ja 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 in der truhe sollten und auf den ganzen holz und sachen da 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 oder sind ich will mal zu denen also ich habe es geschafft rüber ich weiß aber nicht ob ich es nochmal zurück schafft doch du musst halt nur bisschen warten bis du wieder leben hast Möwe bin ich leider auf der insel ja ich kann mich gar nicht bewegen wie im hunger hab ich Kokosnüse gekriegt oh scheiße heilkund ne du kommst schon nirgends hoch ne du kommst schon nirgends hoch ne bescheuere die insel es muss ich schnell wieder zurück ich glaube das wird auch nicht das noch weiter hier noch ist eine bräume schon weg ja bei der haie ist gerade noch nicht fixiert guck ob ich noch vielleicht irgendwas kriegt die palme kriege ich noch da ist der haie wieder hast mich nicht erwischt das boot so nah wie mit die ganze treiben trotz anker aber gewirkt jetzt kein stück den habs habe ich gehört hast du das ango samm habe ich gekriegt auch nur vier planken ich kann nicht mehr geben hier extra raus geschwinkt ja ich habe mehr als genug plan ich muss bloß gucken dass ich zurückkomme der heiße beim boot ja ich habe es gepackt ist ganz da oben die letzte palme hole ich auch noch ok trinken 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 faktor drüben ist eine kiste ja olek war nur zeugt drin komm zurück ich hätte es vielleicht tränen sollen ich ziehe die an ich ziehe ein haier auf mich gleich da in gleich da drauf alles gut anker legen siegel einholen möfe weg verscheuchen ja mühfe 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 anker anker siegel ok mühfe mühfe muss auch land rein mit sammeln gehen ich mal boobo machen ja dann haben wir es auch schon wieder gepackt so aber in diesem sinne bedanke ich mich bei alle beteiligten fürs mitspiele und sagt dann schon mal tschuus seien hat das ich ein